Was ich gerade mal gucken wollte, Logo, Logo, genau, damit wird es nicht einfacher werden, ich müsste wieder irgendwo mit Spanien reden, mit Spanien müsste ich reden als einziges, der kommt gar nicht von der Stelle, ist natürlich ärgerlich, oh mein, im Westen ist schon wieder falsch, obwohl es wäre vielleicht besser da rüber zu fahren, das sieht einfach so krass aus, oh, da ist ein Bulle, und die haben auch schon vier Kanonen hinten, äh, vorne, und sechs Kanonen hinten, nein, sieben, acht, acht, da oben in dem blauen, dann zwei, zwei, also vier in der nächsten, in der vorletzten Reihe, und zwei in der letzten Reihe, das ist natürlich krass, oh, oh, äh, die machen jetzt Fahrt, äh, b, 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 nein, die sind auf dem Kampf aus, shit, okay, dann, würde ich sagen, wollen wir mal, lassen wir die nochmal kurz raus, damit wir den richtig drin haben, und dann geht's ab, würde ich sagen, Moment, kann ich nicht schleichen, ich schleiche nochmal in den Hafen, und dann, fahre ich direkt raus, aufs offene Meer, und hoffe einfach, dass mir hier keiner, irgendwie, die Suppe spucken will, selbst die Spanier drehen vor mir ab, wow, bin ich grad schnell, ähm, Karte, Grenada, da treffe ich auf jeden Fall auf Schmuggler, den ich mein Kram verkaufen kann, Sippet, mhm, okay, ich hab einen Man of War in meinem, hier, Schwade, nennt man das so, was ich noch machen wollte, war, äh, Kapitän ersetzen, ja, und, ich wollte nochmal kurz umräumen, Kanon, kugeln Nahrung, medizin Schokolade, nein, Rom-Tamac, nicht in Früchte sein, öh, die Planken sind alle schon, öh, ach ja, da war was, der hat ja den Riesenladeraum, und nimmt das alles für mich auf, das sind ja nur, doch nicht nur der Riesenladeraum, okay, ah, müssen wir eh verkaufen, so, dann sprinten wir mal weiter übers Meer, und hoffen drauf, dass wir keinen Kriegsgeschwader, ähm, erwischen, oh, oh, eine Patrouille, tschüss, ja, was soll ich denn hier mit machen, gar nichts am besten, hoffen, dass ich nicht versenkt werde, ich meine, du kannst auch, verteidigen, mich, gehen, so, jetzt die Frage, haut ihr ab, oder wollt ihr kämpfen, kann ich schon mit denen reden, Moment, sie hauen ab, yes, also ich meine, bei dem Anblick, würde ich mir zwei kleinen Schiffchen auch, irgendwie, abhauen, ähm, Osten ist sogar richtig, ähm, dann wollen wir mal, auf geht's, so, dann können wir noch ein bisschen raus, ah, klar, wenn man raus geht, ist es natürlich einfache Sachen zu entdecken, hm, jo, 233 Tage, damit kann ich noch Ewigkeiten vor der See rumfahren, hm, ich muss mich jetzt aber irgendwie mal, wieder mit irgendwem gut stellen, sonst wird das nichts mehr, oh, jetzt mache ich was wieder gegen den Wind, nein, ich muss, oh, oh, shit, englisches Geschwader, ähm, Piraten, auch noch, ähm, Grainada, hm, warte mal, äh, ich muss ja irgendwie, oh, Sturm, oh, oh, äh, äh, ähm, ganz schlecht, das tut den Schiffen nicht gut, 359 Erfahrungen, aber das hilft mich unbedingt weiter, gegen den Wind, der Letzten, nein, ich muss gegen, oh, mit einem Sturm, okay, Segel einholen, und warten, bis das Schlimmste vorbei ist, hier, oh, ähm, ich muss eigentlich nach Süden, das war schon am Anfang richtig, oh, oh, shit, mein Leben wird immer, weniger, das ist das Problem, oh, shit, 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 oh, aus dem Sturm, und ich wollte in die Nähe der Insel, die werden abdrehen, da bin ich mir ziemlich sicher, außer die haben auch irgendwelche großen Schlachtschiffe, oh, hm, sind die überhaupt, da hinten, na dann, oh, mein Gott, meine Segel sind aber auch total hinüber, ähm, irgendwie dachte ich, dass ich hier, an der, Bucht oder so, äh, Schmuggler finden würde, aber irgendwie ist dem wohl nicht so, hm, das größte Problem ist jetzt eben, ich muss in irgendeine Stadt, und da versuche ich mich mit denen gut zu stellen, um irgendwas zu erreichen, was jetzt ganz lustig ist, ich kriege gar keine Fahrt mehr drauf, ähm, hm, was wiederum bedeutet, ich bin irgendwie gelackmeiert, das wiederum bedeutet, ich muss das Schiff wechseln, was, oh, leck, äh, nicht gut, ähm, 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 ja, jetzt, Moment, ja, ja, schön, ähm, ich kann ja nichts anderes machen, allerdings denke ich nicht, dass die großartig irgendwie, was unternehmen wollen, auf wen haben die geschossen, ist da hinten ein Schmuggler? das wäre natürlich richtig genial, ähm, jetzt erstmal, Kilometer weit, auf diesem riesen Schiff, laufen, bis ich denn dann, schoner, schoner, ah, nee, Brick, schoner, jetzt wird mich interessieren, was das für einer ist, ein Schoner, ohne, Flagge, das ist doch mal interessant, das ist doch mal interessant, gut, die werden, was meine ich, abhauen, nehme ich doch mal an, das ist so gruselig, wie kaputt das Ding ist, können wir mit denen reden? Nein, Segeln, nein, nachladen brauchen wir auch nicht, Segeln nach, Pluton, ähm, dann wäre hier erstmal, das Segelstreichen angesagt, bei mir Segelstreichen angesagt, Segeln nach, Pluton, schön, äh, ähm, ähm, das ist nicht gut, Bremsverdammt, ich weiß, du brauchst einen Moment, oh, shit, 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 ich habe gerade den ihren mittleren Mast gekillt, und das mit meiner Bugfigur, hehehehe, oh Gott, möchtet ihr schöne Schmugglerware verkaufen, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse, Neuigkeiten, hm, okay, handeln wir, rum, importieren die, sehr schön, davon werde ich eine Menge los, hallo, wieso funktionieren die Tasten denn jetzt nicht, okay, dann eben, äh, okay, dann eben so, dauert zwar einen Moment, aber, wir kriegen für jedes, für jeden Liter Rum, dann machen wir es einfach so, die sind voll, okay, Medizinleinen rum, ah, sauber, das exportieren die, wie blöd, Sandelholz, das ist jetzt echt blöd, aber die haben natürlich auch kleine Laderäume, das ist, nein, ich segeln nach, reden mit, Pluton, Pluton, reden wir mit denen, Handel, oh, shit, ah, einzeln funktioniert, wenn man es gedrückt hält, irgendwie, das bedeutet, ich lasse das jetzt einfach mal so durchlaufen, Mist, warum haben die so kleine Schiffe, ist doch echt unglaublich, Hauptsache, ich werde den ganzen Kram los, ich meine, die haben jetzt schon, 100 drüber, also, so eine Kleinigkeit, so eine Winzigkeit, sind die drüber, aber ich werde einfach mal draufhalten, um, ein bisschen was zu verkaufen, hm, ah, 5000 haben wir schon, und das mit fast nur, also mit, nee, 6000 bei 200, ja, ist ja klar, 200 mal, 2 mal 3 sind 6, mal 2 Nullen sind 6.000, ja, also, ne, plus 2 Nullen muss man dann rechnen, hm, naja, ähm, hm, tja, noch ein bisschen haben wir vor uns, noch, 65, 50, 40, 30, 20, und wir kriegen schlappe 11.000 für den Rum, okay, und nichts für den Zimt, da die generell eh schon mal überladen sind, äh, obwohl, wenn wir jetzt, leinen, eins bei den kaufen, könnten wir eventuell den Zimt auch komplett abladen, yay, so funktioniert das, immerhin kriegen wir dafür 2000, 2000,